Warten mal ganz kurz, ob da gleich irgendwie was kommt. In den Channel, in den Chat. Oder gehen wir kurz raus nachgucken. Was meinst du, Barry? Was soll ich machen? Komm, wir gehen mal raus nachgucken. Komm mal kurz da hin. Ich picken. Fein. Ah, doch. Ja, funktioniert. Okay, also scheinbar sind wir live, weil mein Bot hat irgendwas gepostet. Das nehme ich mal an, oder? Bin ich da live? Barry, ich bin verunsichert. Du bist auch verunsichert, oder? Nee, guck mal. Der Swift schreibt, hu hu. Oh, sorry, mein Bot hatte ich erst mal gemutet. I'm sorry. Hi, Swift, wie geht's dir? Was gab's leckeres zum Abendessen? Bei mir gab's Zucchini-Puffer mit Knudel. Okay. So, wir haben hier den Barry. Hi, Barry. So, Finger hat er schon gemacht. Kommst du auf die Schulter? Ja, hi. Gibst du mir ein Bussi? Oh, sorry, ich hab den Ton nicht ausgemacht. So, Barry. Für dich die schwerste Challenge, ne? Sehr schön. Dreh dich. Dreh dich. Komm her. Sehr schön. Dreh dich in die andere Richtung. Yay. So, Barry. Das hast du super gemacht. Was war der, Barry? Woo! Hast du Frame gemacht? So, da hast du noch. Leckerli. So. Dann gucken wir mal, wer als nächstes kommt. Felix, willst du? Felix? Na, Barry? Felix? Na, Barry? Felix? Kamen? Nee? Nee? Sehr wie du? Nee? So. Pommes und Schnitzel. Klingt auch gut. So, willst du? Willst du? So, wir haben hier als nächstes den Freddy. Hallöbchen Freddy. So, Finger hast du schon mal. Sehr schön. Kommst du auf die Schulter? Super, gibst du mir ein Bussi? Nee, will ich nicht. Okay. Komm mal, wann? Felix, willst du? So, dann haben wir hier den Felix, der Kruger von Freddy. So, Finger hast du schon. Ja. So, komm auf die Schulter. Gibst du auf die Schulter? Hey, super gemacht. Gibst du mir ein Bussi? Ja? Ja, fein. So, komm. Jetzt hat er den anderen Leckerlis gesehen, ne? Nee, 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 nee. Ja, oder was? Das ist eine Fitbit. Okay? Dann dreh dich. Und das andere ist ein Haargummi. Dreh dich in die andere Richtung. Ah! So, da. No, ist doch alles gut. Warum schreit der jetzt so? So. Okay, dann gucken wir mal. Freddy, komm her! Paulina! Wow, alle fliegen aus. Alle fliegen komplett vorbei. Komm her. Freddy, komm her. So. Ich glaube, die wollen heute irgendwann nicht so. Paulina, komm her. Leckerli. So. Karni. Okay, komm her. Karni. Jetzt schreit sie sich alle gegenseitig umher. Sita! Komm her. Mal gucken, ob die Sita kommt. Komm her. Wow, ich hab einen Vogel auf dem Kopf. Du musst auch auf dem Finger. So, warte mal. Wie machen wir das jetzt? Komm mal hierher. Finger? Ja. Komm her. So. Freddy haben wir hier. Komm her. Karni. Oh, sorry. Da hab ich ihn wieder an der Facebook-Gedangstigung bekommen. So, warte. Ja, fang. So. Stärkchen, komm her. Komm, Stärkchen. Jetzt habe ich sogar die Paulina auch hier. Fee. Äh, äh. Ich muss das irgendwie mal verstecken hier. Das ist gerade leckerli. So, hier. Ja, fang. So. Dreh dich. Du hast eine Feder im Mund jetzt gerade. Sehr schön. Dreh dich in die andere Richtung. Sehr schön. Und ab auf den Finger. So. Das war der Freddy. Ja, das hast du Fetten gemacht. So. Hallo, bitte. Freddy. Du willst nicht rein? Freddy, komm her. Finger? Willst du rein? Hm? Ja? Nein? Ja? Nein? Vielleicht? Das kann auch die Paulina noch machen. So. Kommst du? Paulina möchte nicht. Freddy? Möchte auch nicht? Oder du warst ja eigentlich schon, ne? Wir waren ja schon schon fertig. So, probieren wir uns noch mal kurz. Einen Moment. So, sehr schön. Dann mal gucken, ob wir mit viel Geduld den nächsten Vogel rankriegen. Komm her. Komm her. Ja, natürlich. Hallo, Volker. Ah. Ja, jetzt hast du dich aufs Handy gesetzt. Lass es bitte nicht umkippen. So, komm mal her. Komm mal her. Ja, die Paulina ist ja eigentlich richtig zahm. Ich weiß nicht, warum sie heute nicht will. Aber wenn sie nicht will, dann ist es okay, weil ich zwinge sie dann nicht dazu. Ansonsten, Sete, komm her. Aber Bilder muss ich auch mal wieder sortieren, gerade jetzt, wo ich neue Bilder hab. Sete? Möchtest du lecker, Lieb? Sete? Nöckermin. Oh, Gott, bin ich erschrocken. Draußen fällt gerade ein Krankenwagen oder so vorbei. Macht erst hier die Sirene an. Na, hier. Will noch jemand lecker, Lieb? Ja? Paulina? Willst du Ingo? Sete? No. Sieht nicht so gut aus. Komm mal her. Komm, Dina. Komm, auf, Finger. Ja, fein. Jetzt habt ihr Prinz Ingo. Wie sinnvoll. Komm, komm. Meinst du meine Vögelchen? So. So, Musik. Ja, fein. Ja, du hast einen wunderschönen Bobbus. So, hier, komm her. Dreh dich in die Richtung. Seht man sie noch ein bisschen? Yeah. Und jetzt in die andere Richtung. So. Und wisst ihr, was wir jetzt mal ausprobieren? Ich lege das jetzt mal auf die Hand und dann gucken wir mal, weil Prinz Ingo jetzt schon so nah ist. Ob er vielleicht auch auf die Hand kommt, hm? Komm mal her. Hä? Hm? Leckerli? Leckerli? Hauptsache, er balzt jetzt. Oh, nicht so laut. Komm her. Ja. Na, komm her. Guck mal. Sie ist auch da. Ja. Komm her. Vielleicht kann ich... Guck mal, guck mal. Gucken. Ich bin geduldig. Ja. Komm her. Leckerli, hm? Ja. Na, komm her. Er guckt mich skeptisch an. Ja, das war ein bisschen eine Fehllandung, aber ich glaube, es sollte in die Nähe kommen. Ne, komm her. Er hat schon mal gedreht. Sagen wir es mal so. Komm her. Komm her. Er guckt sich um. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Ja, überlegt mal. Währenddessen darf die Paulina rein snacken. Komm her. Ja. Und? Du überlegst das dir immer noch. Meint ihr, er kommt heute nochmal? Wer ist geduldiger? Ich oder ihr? Paulina, nicht alles wegessen. Ich muss noch ein bisschen was für den Ingo übrig lassen, okay? Ja, komm her. Ja, komm her. Das ist mir eigentlich meine ganzes. Das ist hier raus. Ja? Komm her. Nee, er geht gerade in die andere Richtung weiter. Okay, ich glaube, mit ihm wird es heute nichts mehr. Hallöchen. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Lecker. Nicht so schüchtern. Ja, genau. Dreh dich mal um. Die Paulina ist auch auf der Hand. Die wird also nicht passieren. Mir geht's auch super. Oh, er kommt in unsere Richtung. Aber er hat gerade einen Futternaff gesehen. Auch lecker, die drin ist. Ups, sorry. Nee, nur von meiner Hand. Du musst schon herkommen. Für Leckerli musst du herkommen. Er kommt in unsere Richtung, Leute. Gleich, gleich seht ihr ihn. Ja, komm her. Komm her. Nee, komm. Komm her. Der hat einen Busse-Geräusch gemacht. Er guckt mich skeptisch an. Ich kann es auch. Hier, pass auf der Hand. Komm her. Ich kann jetzt aber aufs Handy gerade nicht drehen, weil da habe ich gerade noch den anderen Futternaff. Komm noch zwei Schritte vor, dann sehen die dich. Ja. Komm her. Komm her. Die wollen dich alle sehen. Sei nicht so schüchtern. Dir passiert nichts, okay? Guck mal, die Paulina ist auch schon die ganze Zeit bei mir. Komm her. Komm her. Ja. Nee, das ist mein Handy, wo du hingehst. Du sollst doch aus Leckerli. Ja. Da macht der Felix peek-a-boo, ne? Ja. Wartet mal, schaffe ich es? Seht ihr ihn jetzt? Ich hoffe es. Ich hoffe, ihr habt ihn gesehen. So. Ja. Nee, komm. Ja. Komm her. Auf die Hand. Komm. Hier. Schön direkt vor der Kamera positioniert. Das machst du fein. Super. Siehst du? Nichts passiert. Ja. 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 Das war's. Okay. Aber er hat kurz... Ja, hat er gerade ganz kurz. Das ist halt eine Geduldssache. Man muss wirklich lange dranbleiben. Aber dann funktioniert das auch. Ja, ich würde sagen, damit verabschiede ich mich heute schon. Wir haben schon einen kleinen Fortschritt gesehen. Danke fürs Zusehen. Und ich bin noch im Discord, wenn der ein oder andere Lust hat zu quatschen. Ja, ich bin noch im Discord. Ansonsten sehen wir uns morgen. Bis dahin. Bye, bye. Danke fürs Zusehen. Möchtest du auch noch was sagen, Paulina? Wie bitte nicht? Hm? Bye, bye. Nein, Paulina. Komm her. Shut up. No. Bye.